Und damit Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks mit mir, dem Cake und dem Seppel und dem Max-Pet. Und was waren wir als erstes? Ja, der Seppel hat schon da seine 5 Minuten. Wer? Ich? Ja, du. Ja, weil du mich eben getrollt hast. Das fand ich nicht nett. Du klingst ja doppelt, das voll lustig. Ich klinge nicht doppelt. Ja, Tatsache. Hör auf damit. Aber du klingst ja schon bei mir doppelt. Ja, ich finde das gerade ein bisschen scheiße. Okay, jetzt geht's. So, was wollen wir fahren? Panzer. Ja. Musik an und los. Was willst du fahren? Panzer. Sag mal. Ja, ich muss ja erstmal... Ich hab ja erstmal einen neuen... Also Level 5. 6. Wir können auch gleich mal T49 fahren. Den hast du doch auch, oder, Max? Ja, ich hab den auch. Ich hab den doch nicht. Ja, hä? Du hast doch gesagt, du hast ihn. T49 hab ich fast. Oh, scheiß Gefecht. Ne. Boah. Uncool. Oh, ja. Ist sein Handy hat's eigentlich mal ausgebaut. Nein. Wir die Top Gun haben. Ohne Top Gun machen Panzer keinen Spaß. Das bin da. Das ist voll asozial. Wir sind ein bisschen weiter vom Mikrofon entfernt, wie man vielleicht merkt. Ja. Aber oben noch... Geil! Da oben steht noch Pringels. So. Vor mir liegt ein Doppelpackung vollzieger Toffeefehl. Doppel. Das stimmt nicht. Du lügst. Der Fede. Moment. Nein, weil ich war ja in Schweden und da hab ich mir Pringels gekauft. Und die schwedischen Pfandflaschen nehmen sie hier nicht an. Echt? Die sind aus dem Automat wieder rausgekommen. Das ist sehr lustig. Nee. Uncool. Du lügst echt doppelt. Nein. Lieber waren die ab. Ich klinge bei mir auch doppelt. Alex, das sind behindert. Machst du mir sowas? Bist du? Du klingst den Kopf. Du kommst doppelt an hier. Nein. Kann gar nicht doppelt ankommen. Wir tun sollen. Sie sind? Sie liegt an dir. Ich muss Team Speed disconnect machen. Warum? Noch ein Stück Type 59. Wie wär's, wenn er da mal hinfahrt? So. Vater. So, jetzt müsste es wieder gehen. A20 Spiele. Red mal. Ja, Entschuldigung. Basti? Red mal bitte. Ich bin noch. Klingst immer noch doppelt. Ja, weißt du auch warum? Weil du böse bist. Äh, nein, weil. Aber wie soll es denn so? Wie feucht ihn hier? Wie ein Behindert. Alter, da drüben steht was, was ich nehmen kann. Jetzt besser. Ich glaub's nicht. Oh, oder? Oh, da ist es so. Oh, zu spielen. Hoppala. Da war man ein Karussell. Oh. Oh, wow. Alter, da kommt ein... Alter, da kommt ein... Hallo, hallo. Warum waren wir denn alle hinten rum? Da kommt ein... Können wir bitte einer in den Chat schreiben, dass da gefälligst mal wer auf die Reihe da aufpassen soll? Welche denn? Ja, die da. Da, 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 da. Ich bin verdammt. Ich werde mich nicht zurück. Oh mein Gott, jetzt weiß ich, ich bin gebauten. Oh mein Gott, jetzt weiß ich, ich bin gebauten. Oh, 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 L5-C. Oh, was zuah. Da kommt ein L5-Steward. Alter. Wille aufs Links? Ich f*** dich. Irgendwas schießt da gerade auf mich heftigst. Ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin. hier weg seit ich nicht recht ich muss hier weg wieder nur die waren zu zwei die idioten mal ganz kurz er weiß dass wir noch ein mw2 so noch mal irgendwann der mit seinem aimbot voll scheiße der aimbot gehabt ich kann nein keine ahnung stimmt toll recht kommt ein kaffee 1s also max jetzt und hier kommt noch ein kaffee 20 ich wollte da kommt ganze stimmung von rechts hinter dir hinter dir und vorgehe aber es kam von überall macht man kann doch wohl von einem spiel erwarten alter wie nur polacken wieder nur polen ich werde jetzt übrigens auch noch mal gucken ob ich mit obs aufnehmen kann mit wem obs ist das dann komprimiert gleich open broadcaster software genau doch anwalt wir wollten den an 40 ne ja ich krieg schon wieder meine periode wie immer alex megner hat mir ein bild geschickt alex peter der tatsache toffi fes warum hast du toffi fes wenn ich Geburtstag hatte au du warst doch nicht da so der Grund warum ich es vergessen fahrrad so wird trinken ich bin Frustessen ja neu auch gerade höchst ja vielleicht dort ich bin n aber ja ein bisschen meine güte los geht's und somit Alex und die Wurzeln Pando Entschuldigung die haben ich einen Nein ich rede nicht davon Jörg Pantor aber nicht ganz so schnell nicht im Moment am Tag damit aber das mit in die Karte ein Mikrofon er hat einen Moment ja jetzt ja wenn der Wickel der Gap und den Eintracht Lalalalalalala hilft auch mal mit Max wir müssen sinnvolles Zeugs reden Achtung er hat sich um was erländerte Panzer vor gut geht es ihr habt Peter Prozent schon wieder eine alle Stadt die sollen hierher kommen nur da bin ich wieder es steht von dem Programm nicht mehr Alter alle ich bin gerade wieder aggro warum weil wir wieder nur Loops im Team haben aggro weil das schon ist krass ganz ehrlich warum alter sind die so blöd e was ist so schwer daran ja dies gerade mal wer ihn nicht getroffen hat gerade mal wer ihn getroffen hat gerade mal wer ihn getroffen hat gerade mal wer ihn sagt er in der Ruder ey wo ist er denn macht da eins da war ja sieh nicht mehr will aber auch nicht vorfahren fährst du vor fährst du vor fährst du vor wird jetzt nicht allzu viel erst mal ein Pringel alter alex es reicht wieso ich kann halt zielen nee du hast mir gesagt ich soll nicht ich soll nicht mit dem Auto im arbeiten also mache ich das nicht damit ziel ich und peng hinter uns hinter uns hinter uns was die hinter uns hinter uns kommt zurück komm mal ein bisschen weg zu den Roots hier los alex den krein bei uns ja aber alleine komm ich da nicht ran wenn er von zwei seiten wenn er von zwei seiten dann kann er nicht los ich fahr rechts rum nicht mal angekratzt verdammt wo ist er hin ich komme nicht mehr dran höh kein serviler was die gewisse sterben halt die Klappe danke war zwar ein bisschen spät doch hab ich ihn jetzt angekriegt naja hey ganz ehrlich zerstörte Fahrzeug durchrammen Alter wie viel hat er denn bitte wie viel Panzerung ich bin grad ein bisschen depressiv alle match nein noch nicht match hinter Max stört mal so ein Nuki bemühlich sei nicht obwohl ne bleibt drin das Gefecht dann nämlich das letzte Gefecht dann ist oh scheiße wenn ich mich satire mach fest auch wenn es sie kommt nein ich muss überleben Gott super fast und die TNZ wird sterben und dann wir öeln es dann Alter ich bin damit überlegen ob ich die beiden Folgen nicht hochlade ganz ehrlich wieso ich hab's auch schön geträumt ja okay das war ganz lustig aber ich meine das hat doch keinen Unterhaltungswert allerhöchstens meine Uprage mein Uprage hier naja also Rage Dinger gehen immer hm also Rage 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 Scheiße geht immer was steht denn da ein TNZ wie das ist doch der den ich eben runtergezogen hatte Guck mal der ist jetzt so blöd und trifft nur die Kette oh mein Gott Glück gewonnen wir können uns kaum bewegen ja das ist doch gar nicht schwucht den oh ah nein verkeilt 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 es fehlt ja nur dass er sich er sich so umdrehen würde dass du genau dazwischen eingeklemmt bist dann guck mal dingstens hat mich grad bestätigt auf Facebook und Grepolis nervt schon wieder ja ey Max das ist doch aber ungefähr so wie gestern ne wie gestern auch alles scheiße war ja also machen wir so am Wochenende maaa ah man oh nein der Zug hat dich angegriffen ja ähm wie sehr das ist eigentlich aus von dir aus mit ähm wenigstens ähm games.com m m m m m ja eigentlich Problem ist nur ich bin halt noch nicht 16 ist ja in zwei Wochen na also für mich lohnt es sich eigentlich nicht hinzugehen weil ich noch nicht 16 bin 19 ich überlege halt ob ich hinfahre ja und also ein Werser für uns beide billiger ja schon aber für mich ist dann nicht unterhaltbar du bist dann mein Ding bei den Enteldingern überall drin aber ich kann man ja jedenfalls überlegt wenn ich allein hinfahre könnte ich halt übers Wochenende mit meine Schwester ich habe mal gucken ob ich das mache war doch allein das ist so teuer dann ist es zumindest mit 80 Euro dabei nicht nächstes Jahr sowieso und jemand wollte nächstes Jahr auch mit in der Form zu dritten ja das wollte ich sowieso wir wollten ja dieses Jahr eigentlich auch schon zu hin aber naja du kannst du schon hin ah irgendwas irgendwas arbeitet da gerade mit seinem Mikrofon so und damit ist auch die Folge für heute vorbei genau bis zum nächsten Mal Primo sehr lecker piep